Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe zu der Champions League und ihr habt es jetzt glaube ich gesehen wenn Lincoln City heute nicht gegen Juventus Turin verliert hat man es geschafft das ist hier gestanden ich hoffe dass das eintrifft auswärts wird es natürlich nicht leicht werden man ändert ein bisschen die Positionen so ist man zufrieden Denkarenk wollte statt Pilot spielen weil er der Meinung war er ist der Bessere hierfür Alter Boom Kein einziges Mal durchkommen Ronaldo Alter So schaut es aus Hoffentlich ist das auch so im Spiel und dann der 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 Oh, 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 oh Oh, Farmer hat sich hier leicht verschätzt. Moment, das gibt Gas. Ja, die möchten natürlich auch die Schmach vergessen lassen. Vorm ersten Spiel. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe dich jetzt spielen lassen, weil du das Tor gemacht hast. Haberer, enttäusche mich nicht. Sehr schön. Doppelt Glück hier Bist du dein Deppereiter 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 Das Kacke ist Oh, schön gemacht Oh, doch nicht schön Doch gefällt Oh, ja doch Puh Wie macht man das jetzt Acht Ah, den wollte ich nicht. Man muss es riskieren, man muss zweimal auswechseln. Einmal um das Mittelfeld wieder zu stärken und einmal um einen vielleicht ein wenig brefsicheren Stürmer reinzuholen. War schon mal nicht schlecht. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh! Oh! Oh Mann, wie lange brauchst du sowas für Finswall daneben! Yes! Yes! Glück, 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 weiter, aber... Wurscht! 1 zu 0. 0 zu 1. 1. 送 0 zu 1 zu 0. Tür. 3. 1. 2. 2. 1... 3. 3. 3. Ja. Stark Armstrong. Weiter. Oh oh. 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 Shoddy. Oh. 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 Eigentlich kann der nicht mehr so gut. Dann lassen wir es so. Vorher dass wir die Seite noch stärken. Oh, these ones. Schön gemacht, Skoth und Bötheus. Oh, right in Skoth noch. Ja. Oh, there is nothing else going on. Nein. Oh, there was was that for a Kopfball. Hmmm. Der was süß angetragen. Gut, Entscheidung vertagt. Sie können jubeln. Hochverdient trotzdem gewonnen. Wie kam es dazu? Da hat man schon Glück gehabt. Durch den doppelten Latten Schuss. Da haben wir jetzt noch einen gesehen. Skoth klopft einmal an in der 10. Minute. Aber ungefährlich. Das war schon weiters gefährlicher. Hier. Hier wahrscheinlich der Anfang vom Ende. Huangbo entfällt hier. Sie droht. Lincoln City ist nochmal noch zur Tint. Lincoln City ist nochmal noch zur Tint. Hier sehen wir das 1 zu 0. von Antonio. Da sah es noch rosig aus. Hier dann nicht mehr unglücklich abgeprallt. Mani nutzt es hervorragend aus. Zum 1 zu 1. Und hin zur 90. Minute. Da hat man sich schon zu sicher gefühlt. Und verspielt im Endeffekt Last Minute noch den einen Punkt. Deswegen Entscheidung vertagt. Wie es weiter geht es hier im nächsten Spiel. Ich bin ein Fanggeber. Macht es gut. Bis dann. Ciao und Baba.